Herzlich willkommen in der Physiotherapie und ambulanten Reha Dormagen. Ich zeige euch jetzt einmal, was ich hier heute mache. Neben den stationären Patienten haben wir auch noch eine ambulante Reha, wo die Patienten jeden Tag zu uns kommen und wir bieten zusätzlich noch für Rezeptpatienten die verschiedensten Behandlungsmethoden an. Unter anderem sind das das Bewegungsbad, die manuelle Therapie oder auch zum Beispiel eine Elektrotherapie. So, jetzt gehe ich zu meiner nächsten Patientin. Geh doch nochmal gerade bei dem anderen Patienten gucken, der ist gerade bei der Elektrotherapie. So, jetzt räume ich noch kurz auf und dann gehe ich zum Dokumentieren. Das war ein kurzer Einblick in meinen Arbeitstag. Ich habe jetzt frei und jetzt seid ihr dran. Also, ich strege... So, jetzt gehen die B 식ine. So, jetzt gehen die Bedienung an. So, jetzt gehen wir dann diese B. So, jetzt gehen die B. So. So, jetzt. So, jetzt gehen wir jetzt in die B.